Hallo und wie immer herzlich willkommen zum Spiele-Podcast von Schmidtspiele. Ich stelle euch heute ein kniffliges Würfelspiel vor. Nochmal. Bei nochmal versucht ihr clever Würfelkombinationen zu wählen, um damit auf eurem Spielblatt dann Spalten und Farben vollständig abzukreuzen, um Punkte zu machen und das Spiel damit zu gewinnen. Um starten zu können, legt ihr folgendes Spielmaterial bereit. Jeder Spieler erhält einen Stift und eines dieser Spielblätter. Dann legt ihr alle sechs Würfel bereit und bestimmt einen beliebigen Spieler, der Startspieler wird. Ihr spielt dann abwechselnd im Uhrzeigersinn und wer am Zug ist, ist der aktive Spieler und dieser würfelt alle sechs Würfel. Aus diesem Würfelwurf wählt der aktive Spieler jetzt einen schwarzen Zahlenwürfel und einen weißen Farbwürfel, den er sich zur Seite legt und deren Kombination nur er nutzen darf. Alle anderen Spieler wählen aus den übrigen Würfeln in der Tischmitte eine Kombination und lassen die Würfel aber dabei in der Tischmitte liegen. Achtung! In den ersten drei Spielrunden wählt der aktive Spieler keine Würfel, die er sich zur Seite legt, sondern alle Spieler können aus der Tischmitte, aus allen sechs Würfeln eine Kombination aus einem Farbwürfel und einem Zahlenwürfel wählen, ohne dass sich irgendjemand etwas reservieren kann. Mit dieser gewählten Kombination kann jetzt jeder Spieler auf seinem Spielblatt Kästchen abkreuzen. Schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an. Ich habe jetzt diese beiden Würfel für mich gewählt. Einen gelben Farbwürfel und eine Fünf als Zahl. Damit kann ich jetzt zum Beispiel diese fünf gelben Felder abkreuzen. Natürlich gibt es dabei ein paar Spielregeln zu beachten. Zum Beispiel muss der allererste Wurf eines Spielers immer in Spalte H gekreuzt werden. Schauen wir uns dazu noch mal mein Beispiel an. Ich habe hier gelb abgekreuzt und alles richtig gemacht, denn auch hier habe ich als erstes Kreuze in der Spalte H gesetzt. Außerdem müssen die Kreuze eines Wurfes immer zusammenhängend gesetzt werden. Schauen wir uns noch mal das Beispiel von eben an. Ich hätte jetzt nicht einfach hier zwei Kreuze setzen dürfen und hier drei Kreuze setzen dürfen, sondern, auch das habe ich richtig gemacht, ich habe hier zusammenhängend alle fünf Kreuze gesetzt. Auch müssen die Kreuze zukünftiger Würfe immer zu bereits vorhandenen Kreuzen gesetzt werden. Wenn ich angenommen in einer anderen Runde eine blaue vier gewählt habe, dann kann ich nicht einfach hier drüben jetzt vier Kreuze setzen, sondern ich muss schauen, wo habe ich bereits vorhandene Kreuze und kann jetzt hier viermal blau abkreuzen. Als Beispiel. Und es versteht sich fast schon von selbst, dass es natürlich auch nicht erlaubt ist, weniger oder mehr Kreuze zu setzen, als mir die Würfelkombination vorgibt, die ich gewählt habe. Aber ihr dürft durchaus mehrere Würfelwürfe dazu nutzen, um alle Farbfelder eines Blockes auszufüllen. Schauen wir uns dazu nochmal ein Beispiel an. Wenn ich in einer anderen Runde zum Beispiel eine rote 5 gewählt habe, dann kann ich jetzt nicht diese vier Felder abkreuzen, da ich fünf Felder abkreuzen muss. Aber ich kann zum Beispiel hier diese fünf Felder abkreuzen, auch wenn der Block dann noch nicht vollständig ist. Dieses letzte Feld versuche ich dann mit einem anderen Würfelwurf auszufüllen. Idealerweise versucht ihr natürlich mit einem Würfelwurf so einen Block komplett abzukreuzen, damit ihr eben nicht noch einen weiteren Wurf dafür aufbringen müsst und somit einen weiteren Zug benötigt. Und wenn dann alle Spieler ihr Würfelergebnis auf ihrem Spielblatt abgekreuzt haben und dabei natürlich diese Regeln beachtet haben, dann wird der nächste Spieler im Uhrzeigersinn der neue aktive Spieler und dieser nimmt wieder alle sechs Würfel und würfelt. Tja und sobald ein Spieler eine Spalte komplett abgekreuzt hat, sagt er dies an, denn dafür gibt es dann Punkte. Schauen wir uns einfach dazu nochmal ein Beispiel an. Ich habe in den nächsten Runden jetzt zum Beispiel noch eine blaue 4 abgekreuzt, dann eine orangefarbene 3 und eine grüne 3. Und jetzt habe ich diese Kombination gewählt, also eine gelbe 4. Und damit kreuze ich jetzt hier diese vier Felder ab und sage jetzt an, Moment, ich habe Spalte D erfüllt. Und dazu kreise ich jetzt die obere Zahl ein, denn diese Zahl erhalte ich bei Spielende dann als Punkte. Alle anderen Spieler streichen jetzt die Zahl in dieser Spalte. Diese können Sie nicht mehr gewinnen, weil die nur für den Spieler ist, der es als erstes schafft, die Spalte zu vervollständigen. Hier durchstreichen und der Spieler streicht auch hier diese Zahl durch. Die Zahl darunter können Sie aber das ganze Spiel über noch gewinnen, wenn Sie diese Reihe vervollständigen. Gelingt Ihnen dies, greisen Sie die Zahl ein, damit Sie dann am Ende nicht vergessen, die Punkte mit einzuberechnen. Und genauso verfahrt Ihr mit den Farbblöcken. Schauen wir uns dazu auch noch mal ein Beispiel an. Und nehmen jetzt einfach mal an, dass ich in den folgenden Zügen hier Kreuze gesetzt habe. Dann noch ein gelben hier, zwei gelbe hier, ein grün. Blau habe ich gut gewürfelt. Dann noch mal gelb, orange. Und jetzt habe ich eine gelbe 3 gewählt und setze damit die letzten gelben Kreuze auf meinem Spielblatt und habe damit alle gelben abgekreuzt. Das sage ich wieder an und darf dann hier drüben auf dem Spielblatt entsprechend einen Kreis um die 5 machen. Alle anderen Spieler streichen diese Zahl wieder. Sie können also diese 5 Punkte für gelb nicht mehr bekommen. Aber immerhin, die 3 Punkte sollten Sie gelb auch noch vervollständigen. Im Spiel gibt es übrigens auch Joker. Wenn Ihr zum Beispiel so ein Fragezeichen wählt, dürft Ihr eine Zahl zwischen 1 und 5 wählen. Und dieses schwarze Kreuz bedeutet, dass Ihr eine beliebige Farbe wählen dürft. Aber Achtung, jeden Joker, den Ihr einsetzt, müsst Ihr abkreuzen, indem Ihr eines dieser Ausrufezeichen abkreuzt. Und jedes Ausrufezeichen, was Ihr bei Spielende noch nicht abgekreuzt habt, bringt Euch eben ein extra Pluspunkt. Und solltet Ihr bereits alle Ausrufezeichen abgekreuzt haben, tja, dann könnt Ihr einfach für den Rest des Spiels keine Joker mehr auswählen. Und sobald es einem Spieler gelungen ist, alle Kästchen einer zweiten Farbe abzukreuzen, dann endet das Spiel sofort und Ihr zählt Eure Punkte zusammen. Schauen wir uns dazu mein Beispiel nochmal an. Und nehmen wir an, wir haben noch ein paar Runden gespielt und mir ist es jetzt gelungen, hier noch überall ein paar Kreuze zu setzen. Immer natürlich die Regeln dabei beachtend. So, und dann wähle ich mit meinem letzten Würfelwurf noch einmal hier diese orangenen Felder und sage dann an, Moment, ich habe alle orangenen Kästchen abgekreuzt und greiße damit dann diese orangenen 5 ein, weil das noch kein anderer Spieler geschafft hat. Und das ist das Zeichen, dass das Spiel jetzt sofort vorbei ist. Dann zählen wir einmal die Punkte zusammen. Zunächst gibt es Punkte für den Farbbonus. Und da habe ich jetzt hier insgesamt 10 Punkte gesammelt. Dann bekomme ich Punkte für die Spalten A bis O. Und da habe ich aber nur Spalte D vervollständigt und bekomme 3 Punkte. Außerdem bekomme ich einen Punkt für jedes Ausrufezeichen, was ich noch nicht eingesetzt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und zu guter Letzt minus 2 Punkte für jeden Stern, der auf meinem Spielblatt noch zu sehen ist. Das sind 1, 2, 3, 4. Minus 8 Punkte. Und damit habe ich insgesamt 11 Punkte. Und wer so die meisten Punkte gesammelt hat, der gewinnt. Ihr seht, die Spielregeln sind wirklich einfach. Ich kann euch aber sagen, das Ganze kann ganz schön knifflig werden. Und ab der vierten Runde, wenn dann der aktive Spieler immer zwei Würfel beiseite legt, da fiebert man meistens mit, dass er hoffentlich eine bestimmte Kombination übrig lässt. Nochmal, ein spannendes Würfelspiel von Inka und Markus Brandt für ein bis sechs Spieler ab acht Jahren. Ihr seht, eine Solo-Variante ist auch dabei. Also, Würfelhand lockern und viel Spaß beim Zocken. Und ich garantiere euch, bei einer Partie bleibt's nie. Bis zum nächsten Mal, euer Pion. Und ich garantiere euch, bei einer Partie bleibt's nicht mehr.